Musik Bonjour et bienvenue à Nord. Ich heiße Christina Ox und bin Jugendmitarbeiterin in der Christuskirchengemeinde in Bad Rue. Seit September bin ich hier in Nord, in Frankreich und mache einen Freiwilligendienst in der deutsch-französischen Kinderkrippe Hensel und Griechen. Auch bei uns laufen die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest. Zusammen mit den Kindern werden hier die ersten Plätzchen gebacken. Das Ausstechen der Form mag für manche noch nicht wirklich klappen, aber lecker waren sie trotzdem. Letzte Woche wurde bei uns sein Nikolaus gefeiert. Mamas, Papas, Geschwister, Omas und Opas. Alle sind da, um gemeinsam auf den Nikolaus zu warten. Ohtanenbaum, Ohtanenbaum, wie grün sind deine Blätter. Ob auf Deutsch wie bei Ohtanenbaum oder Französisch wie bei Petit Papa Noel, bei den Weihnachtsliedern sind groß und klein kräftig mit. Endlich ist er da. Der Nikolaus kommt nach einer langen Reise zu uns in die Krippe und verteilt frische Mandarinen, Schokolade und Spekulazos. Und am Ende natürlich die Geschenke für die Kinder von Hensel und Griechen. Ich wünsche Ihnen eine weitere schöne und besinnliche Weihnachtszeit und vor allem ein gesegnetes Fest. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Amen.